Hallo, wir stellen hier den Beketal Brühkessel GBA 120 vor. Die Brühkessel von Beketal Lebensmitteltechnik sind praktische Helfer bei der Weiterverarbeitung von Geflügel. Wenn größere Mengen Geflügel gerupft werden müssen, ist es empfehlenswert, diese vorher abzubrühen. Durch das Brühen des Geflüges öffnen sich die Poren und die Federn lassen sich einfacher entfernen. Das Gehäuse der Beketal Brühkessel ist komplett aus doppelwandigem, hochwertigem Edelstahl gefertigt. Durch das besonders große Fassungsvermögen von 120 Litern können binnen kürzester Zeit mehrere Tiere gebrüht werden. Der innenliegende Edelstahlbrühkorb lässt sich mit den seitlichen Griffen einfach herausnehmen. Für ein perfektes Brühergebnis wird die Temperatur des Wassers am Thermostat der spritzgeschützten Bedieneinheit fast genau eingestellt. Nach dem Brühvorgang kann das Brühwasser durch den Ablaufhahn einfach abgelassen werden. Somit geht die Reinigung ebenso schnell und leicht von der Hand wie der Brühvorgang selbst. Der Beketal Brühkessel besticht durch seine einfache und gewusste Technik und die praktische Handhabung. Damit ist er der ideale Helfer für Landwirtschaft, Hobbyzüchter, Gastronomie und Großküchen.